In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Lost-Geräte suchen und finden. Installieren Sie die GPS-Tools auf Ihrem Freundesgerät oder einem Mobilgerät und gehen Sie zur Seite Geräte suchen und suchen. Tippe auf den Google Anmelde-Button und melde dich mit dem Konto an, das du für dein verlorenes Telefon benutzt hast. Wenn Sie bereits mit einem anderen Konto angemeldet sind, melden Sie sich zuerst ab und tippen Sie auf die Schaltfläche Anmelden. Tippen Sie auf ein anderes Konto. Geben Sie die Details des Google-Kontos ein, das Sie in Ihrem verlorenen Gerät angemeldet haben. Tippen Sie auf Weiter, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Jetzt haben Sie sich erfolgreich angemeldet, um die Geräteseite zu verfolgen und zu finden. Tippen Sie auf Andere Geräte-Registerkarte. Auf dieser Seite finden Sie die Liste der synchronisierten Geräte in Ihrem Konto. Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Standort Ihres verlorenen Handys auf der Kartenseite anzuzeigen. Das mobile Symbol auf der Karte ist der aktuelle Standort Ihres verlorenen Geräts. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Route auf der Kartenseite zum Standort Ihres Telefons zu ziehen. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Koordinaten zu kopieren. Tippen Sie auf diese Seite für weiter gerne. Katze für's Zuschauen. Vielen Dank.